Ich würde eure Meinung zu Coachings im Bereich von investieren, traden, Vermögensaufbau, Firmengründen, Online-Business, Gesundheit, aber auch anderen Bereichen sehr interessieren oder ob ihr auch etwas empfehlen könnt. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt. Ich denke, dass sowas grundsätzlich wichtig ist zur Fortbildung. Also ob jetzt ein Coaching live bei jemandem vorgenommen wird, ob das ein One-on-One ist, also dass du eins zu eins mit jemandem sprichst, ob du das in einem Kurs machst, ob du das online machst und du kannst durch alles lernen. Ich sehe nur die Problematik teilweise darin, dass heutzutage jeder dritte Hansel, der ums Eck kommt, einen auf Coach macht. Und alle sind plötzlich Live-Coach oder Gesundheits- oder Fitness-Coach oder Trading-Coach oder Investment-Coach. Und da würde ich immer die Frage stellen, was qualifiziert diesen Menschen dazu, das zu machen, um mir wirklich helfen zu können? Ist es nur sein Lambo, den er mir zeigt? Ist es nur auch die Profile von solchen Leuten? Die ähneln sich meiner Meinung nach, wenn ich das beobachte, immer sehr. Ja, sie stehen in, sorry Kian, wenn das jetzt die Stadt ist, aber sie stehen in Dubai, ja, Kian hat nichts damit zu tun, aber das ist halt oft mal so dieses Stereotype, vor der Skyline, im Hintergrund irgendwie Bush Khalifa oder so, sitzen auf der Motorhaube von irgendeinem Sportwagen oder was weiß ich was für ein teures Auto und sagen, und dann ist drunter irgendwie so, komm in meine Trading-Gruppe oder sonst irgendwas, lerne dieses und jenes. Das soll eben auf ganz einfaches Instinkte gehen. Hier, ich habe etwas geschafft, was du willst, dieses Auto, diesen Lifestyle und deswegen ködere ich dich, um sowas zu machen. Und ich finde, wenn man sowas sieht, vor solchen Leuten würde ich definitiv Abstand nehmen, sondern nehmt Leute, denen ihr vertraut, wo ihr, ich meine, wir bieten das jetzt hier nicht an, aber keine Ahnung, wenn die einen Podcast haben und ihr hört den schon lange und ihr denkt, okay, das sind wirklich erfolgreiche Unternehmer und die machen sowas, oder die bieten sowas an, dann würde ich sowas eher annehmen als irgend so ein, yo, komm in die Gruppe rein. Absolut, das, was du gerade genannt hast, diese Fake-Coaches, könnte man schon sagen, die dann so eine Stadt wie Dubai und den Glamour, den Dubai mit sich bringt, ausnutzen. Die nutzen das ja, weil sie selber wahrscheinlich keine Ausbildung in dem Bereich haben und auch keine nachweisbaren Erfolge irgendwo haben, aber dann versuchen, ihren eigenen Wert mit dem Perceived Value, mit dem wahrgenommenen Wert der Stadt Dubai oder den Skyscrapern und den Autos, den sie haben, zu steigern. Zu sagen, ich bin neben diesen oder nutze diese wertvollen Dinge, deswegen bin ich auch wertvoll und deswegen ist das, was ich anbiete, wertvoll. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein und ich sehe es genauso wie du. Ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es mehr Coaches, die das rein aus monetären Gründen machen, als dem Grund, dass sie wirklich eine Expertise in dem Bereich haben, der einen Mehrwert bringt und sich dementsprechend dann wirtschaftlich so durchsetzt. Die meisten Coaches trainieren auch viel mehr heutzutage, wie sie ihr Produkt besser verkaufen können, als wie sie ihr Produkt verbessern können. Das Ergebnis von einem guten Coach ist eigentlich, dass er ein sehr, sehr gutes Produkt über seine eigene Expertise, die er sich über hoffentlich viele, viele Jahre und nachweisbare Erfolge aufgebaut hat, dann so aufbaut und weitergibt und nicht sich überlegen, okay, in welchem Bereich könnte ich jetzt ein Coaching verkaufen und dann nur damit beschäftigen, das schlechte Produkt, was man schnell zusammengerotzt hat, möglichst gut zu vermarkten, weil das machen die meisten Coaches und diese Vermarktungsstrategien mit Dubai und Lambos ist eine sehr negative Vermarktungsstrategie. Da gibt es etliche und die ganze Coaching-Szene ist viel größer, als du und ich, glaube ich, auch denken, Philipp. Also es gibt mittlerweile wirklich so viele Coaches und so viele Menschen, die auch Anspruch nehmen, also die Dienstleistungen dieser Coaches in Anspruch nehmen, weil sie einfach zu faul sind, weil sie denken, ich zahle jetzt hier Geld, da habe ich alles für mich aufbereitet, das erspart es mir selber, mich durch frei zugängliche Ressourcen wie Bücher, Online-Kurse oder Websites und Artikel durchzuforsten. Ich habe hier alles auf einmal, deswegen lerne ich das jetzt hier. Und meistens ist natürlich, wenn du alles auf einmal an Info hast, ist das natürlich besser für dich kurzfristig, aufnehmbarer, als wenn du dir selber alles durchforsten und erarbeiten musst und dann hat man auch das Gefühl, oh, jetzt hat man hier einen Mehrwert bekommen. In den größten Fällen ist es aber so, dass die meisten Informationen auch so kostenlos im Internet zugänglich sind und die Coaches eigentlich kaum Mehrwert bringen, sondern nur wirklich versuchen, dir möglichst ein Produkt zu verkaufen. Ja, ich kenne wirklich sehr, sehr wenige Coaches, wo ich sagen würde, das sind Leute, die wirklich eine massive Expertise haben, bei denen sich wirklich ein Coaching lohnt. Ja, also vielleicht ist da zu unterscheiden, zur Rolle eines Mentors, einer Mentorin, das ist nochmal was ganz anderes, als ich sage jetzt mal, der Coach, der Kurse verballert und das hat der Kieran ganz richtig gesagt, da geht es um Marketing. Und die anderen Coaches wiederum machen wieder Marketing, um zu zeigen, wie die Coaches unter ihnen besser die Produkte verkaufen. Wie schaffst du es, ein hochpreisiges Produkt zu verkaufen? Seht ihr doch bestimmt so oft vor YouTube-Videos in dieser Werbung von den immer gleichen Leuten. So, wie schaffe ich dir, wie du einen 10.000-Euro-Kurs verkaufen kannst. Die wissen aber gar nicht, um was das Kerngeschäft geht. Da geht es nur um Marketing. Wie schaffst du es, die Gear so aufrecht zu erhalten, dass du den 10.000-Euro-Kurs verkaufen kannst, um den Leuten in einem gewissen Zeitpunkt so eine Gear hervorzurufen, gleichzeitig eine Unsicherheit über sich selbst vielleicht, dass sie dann bereit sind, die Kreditkarte zu zücken und diesen Kurs in der Hoffnung zu buchen, weil Gear hervorgerufen wird, dass sie dann innerhalb kürzester Zeit, wir zeigen dir, wie du innerhalb kürzester Zeit Millionen Umsätze machst, bla bla bla. Und die Rolle des Mentors ist wiederum was ganz anderes. Das ist ein Mensch, der schaut, dass du mit einem gewissen System, einer Struktur weiterkommst und deine Ziele erreichst. Also seid vorsichtig bei sowas. Ich meine, Fortbildung ist sehr wichtig, aber immer genau schauen, bei wem man das macht und wie diese Person aufgestellt ist.